Ja, immer mehr Firmen bauen Jobs ab. Josef Muchric, SPÖ-Sozialsprecher im Parlament und oberster Baugewerkschafter, sagt dazu heute, die Regierung habe den Sommer verschlafen. Er ist jetzt live bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Muchric, wir haben Fixkostenzuschüsse, wir haben Härtefallfonds, die Verlängerung der Kurzarbeit bis 2021. Diese und andere Maßnahmen wurden ja teilweise mit Zustimmung der SPÖ beschlossen. Jetzt soll laut Kanzler auch noch mehr kommen. Wo hat denn die Regierung ihre Ansicht nach dem Sommer verschlafen? Die großen Konjunkturpakete fehlen, die Beschäftigungsprogramme fehlen. Auch viele angekündigte Pakete, wie zum Beispiel das Stadthotelpaket, fehlt. Das heißt, sie sind tatsächlich mehr als sechs Monate verschlafen worden, um hier diese Pakete, die Konjunkturpakete, auf die Reise zu bringen. Das heißt, Ihnen fehlen einzelne Maßnahmen. Aber würden Sie jetzt sagen, dass man wirklich diese Wirtschaftskrise grob verschlafen hat? Ist das nicht ein bisschen drastisch? Ja, schon. Man hätte ja wesentlich früher beginnen können. Das heißt, spätestens mit dem Zeitpunkt, wo nach dem Lockdown wieder die Wirtschaft hochgefahren ist, haben wir auch die Wirtschaftsexperten prognostiziert, es braucht wesentlich mehr. Wir werden in den Winter eine neue Rekordarbeitslosigkeit stoßen in der Zweiten Republik. Und alle diese Pakete, die hier vorgeschlagen worden sind. Allein die SPÖ hat hier drei Konjunkturpakete vorgeschlagen in den verschiedenen Bereichen. Auch Gewerkschaften haben hier Pakete vorgeschlagen. Das ist alles nur in den Schubladen dementsprechend abgespeichert worden oder hinterlegt worden. Aber man hat diese Pakete nicht rechtzeitig begonnen zu bearbeiten. Auf die Vorschläge würden wir dann gleich noch eingehen. Aber jetzt haben Sie die Wirtschaftsexperten angesprochen. Und da gab es diese Woche auch eine große Studie des Sozialministeriums zu den sozialen Folgen der Pandemie. Ich zitiere VIFO-Chef Christoph Badl, der sagt, durch die Wirtschaftspolitik der Regierung wurde Corona ganz wesentlich abgefedert. Schätzt er das vollkommen falsch ein? Corona zwar abgefedert, das heißt aber, wir müssen ja aus der Gesundheitskrise jetzt alles schauen, dass wir nicht in eine Wirtschaftskrise noch tiefer hineinschlittern. Dann gehen wir auf die Vorschläge der SPÖ ein in ihrem sogenannten Kraftpaket für die heimische Wirtschaft. Fordern Sie 40 Milliarden an Investitionen in den Arbeitsmarkt in den nächsten vier Jahren. Heißt das jetzt konkret, Sie wollen im Budget 2021 10 Milliarden? Jetzt sind einmal 13 Milliarden angekommen an Investitionspaketen, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden. Das ist auch eine Kritik von uns, die Mietnahmeeffekte auch mit sich bringt. Und zusätzlich würden jetzt für 2021 8 bis 10 Milliarden fehlen. Über eine Maßnahme möchte ich mit Ihnen noch sprechen. In Deutschland hat der SPD-Arbeitsminister vorgeschlagen, dass es einen Rechtsanspruch auf Homeoffice geben soll. Die Gewerkschaft dort unterstützt das. Warum schlägt die SPÖ so etwas für Österreich nicht vor? Da gibt es viele offene Fragen zu lösen bei diesem Rechtsanspruch für Homeoffice. Es geht darum, wie sind die Menschen zu Hause versichert? Wie erfolgen Aufzeichnungen von Arbeitszeit und sonstige Maßnahmen? Aber fänden Sie es grundsätzlich sinnvoll? Ich glaube, da möchte ich nicht vorgreifen, was hier dementsprechend die Sozialpartner verhandeln. Herr Moritsch, vielen Dank für das Studium. Danke. Danke. Danke.